Willkommen hier zu unserem Guide zu den Chronikerfolgen des Patches Verschlungene Pfade auf gitnews.de. Ich möchte euch erklären, wie der Erfolg Fackelt ihn ab genau funktioniert. Das ist einer der Erfolge, die ihr in der Instanz Verfolgung der Aspektmeister abschließen könnt. Und ihr lauft dazu einfach ein Stück weit zurück und holt euch den Flammenwerfer hier an der Seite. Das ist im Prinzip schon alles Wichtige, was ihr machen müsst. Für den anderen Erfolg braucht ihr theoretisch noch den Herausforderungsstarter. Wenn ihr den nicht abschließen wollt, dann reicht der Flammenwerfer. Zuallererst, ihr werdet sehen, auch ich habe kurz überlegt, was wir genau mit dem Flammenwerfer machen müssen. Und hatte die Hoffnung oder hatte die Idee, dass wir einfach die Ranken dort vorne wegbrennen müssten. Denn es heißt, finde einen alternativen Weg, um den Mordremdrescher zu besiegen. Ich dachte, es würde vielleicht funktionieren, indem wir direkt auf die Ranken gehen. Tatsächlich könnt ihr euch das aber sparen und stattdessen sofort die Gegner attackieren. Ihr seht, die Flammenwerfer oder der Flammenwerfer ist sehr, sehr effektiv gegen die Mordrem-Gegner. Und dementsprechend schnell kommt ihr durch die Gegner durch und schlussendlich auch durch den Mordremdrescher. Ich habe es mir jetzt nochmal hier genauer durchgelesen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und bin dann jetzt definitiv zu dem Schluss gekommen, dass es einfach reicht, den Flammenwerfer einzusetzen. Ihr werdet sehen, das beschleunigt auch das normale Event. Bedeutet, wenn ihr die Story-Instanz nochmal machen müsst mit einem Freund oder so, schnappt euch direkt den Flammenwerfer, denn das geht um einiges schneller, als wenn ihr hier tatsächlich manuell gegen die ganzen Mordrem- und Dschungelranken kämpft. Ja, wenn ihr das Event so weit durch habt, dass der Balken rechts am Rand komplett heruntergetickt ist, könnt ihr euch mit dem Mordremdrescher anlegen, den einfach attackieren. Und ihr seht, das geht blitzschnell, um einiges schneller, als manuell mit dem Bogen. Und sobald der fällt, habt ihr den Erfolg abgeschlossen und bekommt zur Belohnung 10 Barditen die Triche. Das war es an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Denkt nicht, liken, liken, abonnieren, besucht gatenews.de und bis zum nächsten Mal.